Hallo zusammen zu einer weiteren Folge der Spielzeugtruhe mit Paul. Ich hoffe euch geht es allen gut und ich will euch heute das Laberhündchen vorstellen. Das ist kein gewöhnlicher Stoffhund oder Plüschhund, sondern ein Kuscheltier, das reden kann. Und zwar äfft er alles nach, was wir sagen und wackelt dabei noch ganz lustig mit seinem Kopf. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie kann das funktionieren? Dafür sind Batterien dabei, die müsst ihr in den Hund einsetzen und dann spricht der Hund uns nach. Und das wollen wir jetzt natürlich auch mal gleich ausprobieren. Jetzt will der Hund euch natürlich auch mal was sagen. Was ist eigentlich der beste Spielzeugkanal auf YouTube? Was ist eigentlich der beste Spielzeugkanal auf YouTube? Vielleicht die Spielzeugtruhe? Ich glaube schon. Wenn ihr mal von dem Hund gegrüßt werden wollt, dann müsst ihr es einfach mal in die Kommentare schreiben. Und dann grüßt er euch in den nächsten Folgen, da machen wir eine Folge, in der wir mal nur unsere Zuschauer grüßen. Und dann grüßt er euch in den nächsten Folgen, da machen wir eine Folge, in der wir mal nur unsere Zuschauer grüßen. Jetzt mach ich den Hund nochmal aus. Ja, ich schau nochmal aus. Richtig, jetzt bist du wieder still. Jetzt sitzt er einfach nur hier. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Laberhündchen findet. Und wenn ihr gegrüßt werden wollt, dann schreibt es auch einfach mal dazu. Und dann wird euch der Hund in einer der nächsten Folgen mal grüßen. Und ihr könnt natürlich auch gerne eine Bewertung dalassen und unseren Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge der Spielzeugtruhe wieder. Bis dahin, euer Paul. Tschüss.